Wenn Lein die Bombe gezündet hätte, oder die Bildung als Minen entschafe. Übrigens wollte er vor zwei Jahren. Und weißt du womit? Nachtwalter. Es gibt welche, die ernähren sich von den Tränen großer Säugetiere. Was für ein wunderschönes Exemplar. Sie interessieren sich eigentlich mehr für Käfer. Ein Hobby. Ja, wir können.